Was streiten die bloß da oben? Na, was ist überhaupt eine Beierschraubkling? Wammel ist jetzt Schultz auch sofort plötzlich geschnitzt und liberiert. Das kann man selber machen, hm? Schrecklich! Laufst! Du bist die Zehn, wir können voll mit Aschlechtor. Scheppling! Mä, mäh, mäh, was haben wir denn dran? Aktivstrecklich, okay? Bevor sich der Käpt'n wieder schnaupt. Käpt', da sind sie nicht schweihlös. Braut, warum sind sie nicht schweihlös? Macht sich gar nicht oben, da macht fuckin' K六 an in Berlin fressen. Zum Schil zeigt sie ja wahrscheinlich zu fudge! Du, Aua! Wenn der Meuer viel zu kaum zu allen geschwilbt! So eine Zettelung zu dem Spür, Marozorn. Mit zwölf so dich mein Freuerschwebe an Freuerschwebe, und mit zwölf so beschwibst du ein Schlingkalt, am Bezugenschwebe ein Schwarm, und brauchst du rein zu der Zerang! Ach ja, ruhig auf! Ich bin Herr mit der Götze vorfügt! Auf! Du kostest du schon die Zillelette? Hä? Ja. Wo? Auf so'n Zimmer. Klar! Ich bin Herr mit der Götze. Ja! Ich bin Herr mit dem Spür! Es ist Herrlich hier oben! Geht nicht! Geht nicht! Lass, alle Polen, Kuhle! Ich will alles, was du drauf hast! Ich will alles, was du drauf hast! Aber weg! Geht es hier! Geht nicht vollkommen! Ich hab mich hoch! Mann, mach ich mich hoch! Das ist ein Sprecher.